hallo und herzlich willkommen meine freunde dieses mal zu portal 2 franks corp session 24 franks corp session 24 ich bin mal gespannt aber mir sagt das jetzt gerade aktuell nichts ich habe immer so ein bisschen bedenken bei der ganzen geschichte ob wir vielleicht diese maps mal in früheren folgen hatten aber ich glaube nicht die kann ich mich nicht erinnern ich auch nicht kommen wir hierhin bitte ja ja ich wollte mich erst mal einmal um gucken wie es hier ausschaut du musst den knopf drücken ja warte mal warte warte wir müssen gleichzeitig glaube ich drücken oder nee warte mal ich mache hier dadurch kommt okay ich habe hier oranges glibber zum schneller werden und ein cube aber da kommst du nicht wieder raus oder warte ich habe hier unten hier unten ist bei mir was aufgegangen hier sind laser und ein cube ja okay alles klar also shit schon vergessen dass du nicht dadurch kannst ja doch ich bin einfach zu weit nach vorne gelaufen wie gesagt hier du kannst jetzt hier warte mal über dir ist ein weißes ich kann mir den würfeln wie die ja ich kann mir den würfel wieder nehmen ja 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 perfekt dann musst du aus dem raum wieder raus bin ich so was passiert wenn man das hier macht aber dann ist hier hier offen da kannst du den würde kann ich dann ja den cube wieder mitnehmen dann können wir beide cubes hinstellen portana jetzt müssen wir du musst mich wieder hoch lassen ich muss da oben bleiben die knöpfe also den unten den knopf und ich auch dann geht aber ein knopf kaputt ja das ist kein problem ich gebe dir den club jetzt wieder ich muss aber hier bleiben ich verstehe ja 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 jetzt kannst du darüber ne ja 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 da sind knöpfe für hier draußen das ist der erste schritt für die ausgangstür da ist ein würfel und da müssen wir jetzt hier weiter mal lag der noch nicht da drauf bei der laser kurz runtergegangen ist ich verstehe das geht an warte er drückt mal den knopf da drückt mal den knopf da kommt nur der würfel ach so das ist das x welches ist denn das x komm mal komm mal hierher hier ist ein knopf mit sternchen passiert bei dir was mit sternchen ja du hast ein würfel runtergelassen perfekt ja ich habe hier oben auch einen cube guck mal ich habe hier was mit welle guck mal was passiert wenn ich den weg nehme ja manchmal 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 ich kann mir den würfel nehmen aber dann komme ich hier nicht mehr raus ok verstehe ja dann macht die welt macht die welle wieder dahin erstmal ach so ich kann dir die tür öffnen nimm mal den cube das bringt nichts weil dann wenn ich den knopf drücke dann geht die welle okay das macht das weg wie bin ich denn hier hoch geflogen eigentlich durch das durch das portal hier oben was ich gesetzt habe und da so wir müssen das emanzipations ding ausmachen hier dafür brauchen wir den den cube also hier haben wir ja ein kipp warte jetzt kannst du den würfel gleich du musst hier runter kommen ja aber hier ist jetzt der laser ausgegangen hier wo ich jetzt bin runter ja ich verstehe ja nächste kammer also das ist ja bisher easy pc ja wusste mich mal das ist das erste mal in dieser folge dass ich portale verwende wohlgemerkt ja warte wir sind nicht ganz gerade jetzt ich muss das obere setzen wo muss ich dich denn hinbringen ach hier geht ja nirgends was ich war ein bisschen alter das irritiert mich dass es so schnell geht ich gucke in die falsch richtigen ach so ok jawohl da sind kipp bei dir mit dem also da unten gibt es da oben gibt sonst nichts mehr hier rüber schießen auf jeden fall hier gehen noch mal rein ein booster das den da liegen genau ja cool brauchst du den cube warte was passiert doch man war noch mal ich sehe hier unten nichts was passiert ok hier ist ein cube hier muss ein cube rein aber irgendwie kann diese plattform sich bewegen ja also da müssen wir alle cubes für haben ich denke mit hier unten ist ein cube auf jeden fall ja da kommst du durch diese tür das problem ist du bräuchtest ja den cube da jetzt oben ne den krieg ich aber nicht hier hoch nicht sicher nimm ihn dir doch ok hier ist ein knapp was passiert ah wir müssen gleichzeitig knopf drücken 321 ja hab ihn soll gibt mir mal den weg sich wieder runter ja genau wir müssen einfach hier rein genau ja das kann ich machen ja ich glaube wir haben es ja aber eine sache muss man sagen die hat mir schon gefallen ja aber das war ja wirklich kurz jetzt knapp 10 minuten das war step 1 davon gibt es wohl ein step 2 ja wir machen aber einfach mal nächste testkammer weil ja wohl 10 minuten oder 11 minuten ist ja viel zu kurz das ist zu wenig da dies zu wenig da dies zu wenig kennst du die oma natürlich einmal habt ihr gemacht das ist so wenig 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 ist wenig aber man versteht die halt sehr schlecht du musst noch bestätigen nächste testkammer mach ich gerade gut so wieder franks koop sessions aber ist das denn jetzt nicht nur zwei keine ahnung aber nehmen wir warten wir hatten gerade nummer 27 gehabt oder so was 27 oder 26 war das ja so zeitgedächtnis schon vergessen ja ab geht's noch mal jetzt ne warte mal jetzt jetzt mal eine ganz doofe frage was hatten wir vorhin das beschleunigungs gel gebracht eigentlich rein gar nichts auch nicht schlecht ok hier geht ein laser rein und hier müssen wir ein cube reinlegen ok ja ach so es geht ja gar nicht was passiert hier drauf hat er kommt gehen herunter damit wasser wasser damit er nicht mehr darum was ist dadurch passiert da oben ist ein cube rausgekommen oder nee da kommt ein cube raus wenn man zwei sachen gleichzeitig aktiviert ok bei dir kommt der der laser also der telefon muss glaube ich drüben bleiben der warpaar was passiert hier was passiert auf x macht nochmal gehen nochmal für 6 hier hinten da ist eine plattform die sich bewegt mal da hinten ach da hier vorne ich bin auf der plattform drauf ja was gibt es hier ich bin mal hier rein hier ist das mit dem laser ok verstehe hier geht was auf bei dem mond weiter geht das ich gehe mal hier runter und drücke den knopf das ist der strich bei dir ist ja das ist durch uns beide passiert dass wir beide geklickt haben ich habe hier nen warte mal wasser mach mal gehen wir von dem ding weg von dem ja was passiert hier drauf da hinten geht da kannst du dann die dich weiter weg weiter wohin ziehen lassen irgendwo hin ok wenn wir den jetzt hier drauf legen ist das ding ja dauerhaft aktiv ja da hinten ok wo könnten wir uns dran ahja warte easy peasy lol ach so weiter an der seite und da dran scheiße falsche richtung ist das ja ach kacke bewegt sich da sonst noch irgendwas mach nochmal ja da ist ja die plattform dahinten die sich bewegt achso sonst noch irgendwas anderes nee hier geht das warte ich guck nochmal auf der anderen seite hier oben guck mal ich könnte theoretisch wenn du das ding hier gibst ne den laser den warper warte mal ich kann glaube ich den laser ah guck mal hier wo ist das denn her gekommen das habe ich gerade aktiviert ich gehe mal drüben danke so und jetzt kann ich hier ich springe hier jetzt mal rüber ne ja mach mal ach das geht hier hoch oh du musst den laser setzen ja das ist ja kein problem mach mal das ding an mach mal den laser an ich könnte theoretisch hier her gehen und sagen ich möchte das hier so dann könnte ich zu dir rüber kommen ja ja bringt aber wo ist der laser das bringt nichts glaube ich bringt nichts mach mal wieder aus du kannst mir nee warte du kannst mir den dings geben den würfel und wie soll das funktionieren du gehst runter stellst dich selber auf den knopf und machst den ach ich mach den würfel hier hoch ja 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 dann geh nochmal vor dem transport war paar rote ja so müsste passen ha so ja so jetzt musst du nur noch unten das ding aktivieren dann total schießen nur nicht das falsche so so ja so ja oh das war knapp knapp so so was passiert hier drauf noch ach so das war die transport plattform die hat uns ja nichts weiter gebraucht außer einmal darüber zu kommen warte ja du kannst jetzt theoretisch ne du kannst nicht zu mir doch kannst du doch kann ich ich bin nur zu doof gewesen gerade wie kommen wir aber hier hinten rein das muss ja was mit dem richtigen laser zu tun haben ne ja du musst jetzt irgendwo strom aktivieren scheinbar ja aber wahrscheinlich hier hinten nur wie kommt man da hin warte warte mal wenn du hier rüber gehst hier hast du ja nichts für hier hinten und hier oben ja ist bis auf das hier der laser der laser reingehen muss auch nichts ich muss wieder zurück ich habe hier nichts verloren wie es aussieht komm mal wieder zurück hier runter auf den knopf das ist nur das warte mal was passiert hier drauf noch mal kommst du da hin damit habe ich das förderband förderband aktiviert ach so das kann ich nur einmal aktivieren ah ok so warte da kam ja nur wasser runter hier brauche ich einen cube ah warte mal ich bin so blöde ne du kannst ja den cube holen ah warte mal hier hat sich was verändert was denn hier ist der boden weg da war doch da war ach so warte mal warte mal ja was machst du ja damit macht man den boden auch noch ah ah jetzt ist der laser ok jetzt jetzt musst du ne musst du nicht nicht du doch da dran meinen laser setzen äh mein portal du musst hinten in den raum rein du musst auch hinten in den raum rein ja jetzt hast du mich umgebracht entschuldigung ja aber wie komme ich da hin warte das ist jetzt ein blauer strahl das ist jetzt ein blauer strahl aber wodurch ach so durch das hinten ah schlau warte ich bewege mal erst das ding dahin wo es hin muss ja und jetzt kannst du dahin jetzt musst du in den raum den laser holen ja ich brauche ja nur mein mein lilanes portal zu setzen dann ist der ja hier oben dran genau so einmal stoppen den laser den warper und einmal mich darüber schicken ok ah es ist jetzt alles aktiv was alles ja der der emanzipations scheiß ist auch weg guck mal ich kann einfach rüber ah äh kann ich denn irgendwie äh kannst du mich hier rüber bringen noch irgendwo hin bringen also warte kann ich ja ne 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 nicht so nicht so ne ne warte 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 ne 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 nein 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 ist alles ok jetzt ist was kaputt gegangen lass den da drauf liegen hast du den drauf liegen lassen nö der ist jetzt weg ich muss nur hier ich muss nur hier rüber ich kann nicht doch du kannst den 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 Fahrstuhl wieder an machen also Fahrstuhl so jo perfekt und dann können wir da hinten rein rein ja ok ja ok ein ball hier unten ist eine Tür die auf und zu geht ja nimm mal den boulder weg was bringt uns das ding ein portal da oben hin hier mal hoch hier ist ein knopf ah hier geht warte mal was passiert da mach nur mal ach so die spur hat sich verlängert zeig mal warte guck nochmal auf die spur die ist länger geworden die ist länger geworden es ist aber nur zeitlich begrenzt wenn ich hier drauf klicke ach da der cube der cube ist aktiv ah ok kannst einfach alles da lassen komm ja den ball kann ich ja eh nicht mitnehmen Moment mal Moment mal ich habe hier zwei warte ich habe zwei aktivierte portale ja ja wenn ich hier durch den emanzipationslaser gehe verschwinden die nicht welche denn ach so die sind gar nicht mehr da ach so ja ok nein ok alles da sie sind gar nicht mehr da hinter der verschlossenen wand verschwunden so gehen wir auf den punkt auf den links reicht alter entschuldigung guck mal hier oben hier können wir auch noch ja aber da muss der rote hin glaube ich na gut überschreiben können wir ihn immer noch ja ja man konnte doch immer zu von wand zu wand springen oder nicht ja natürlich hä das funktioniert nicht das war doch Sinn der Sache immer ja ok äh das ging gerade bei mir ich war nur zu doof glaube ich ähm mehr oder weniger frontal hat er gesehen hat er gesehen nur irgendwie irgendwie man geht das denn jetzt nicht die ganze wand muss voll sein wie es aussieht mach nochmal an sehr ich äh es das das es es das reicht ja das sieht gut aus ja das muss ich machen am ende muss glaube ich ja damit abspringen kannst ja genau ok ja ich muss noch blau machen warte war ja das ist ja kein problem ich kann ja jetzt ok ok das war zu früh abgesprungen aber es funktioniert ich bin auch zu früh ich bin zu spiel jetzt bin ich zu spät abgesprungen du musst um die ecke laufen du musst das rot am anfang direkt mit nutzen genau bist ja schon hier drüben ja weil ich wollte sie nur gesagt haben ja danke hier unten ist was was passiert dass ich warte warte jetzt noch mal drei zwei eins jetzt was passiert hier unten nix was passiert wenn ich auf dem bin laser geht an ok jetzt weiß ich was durch den knopf passiert wenn wir beide drücken was denn geht eine wand hoch geht der laser an die wand ja gut drückt den knopf ja ich habe den cube und jetzt ist er weg alles gut ganz hoch fertig jawoll ladies du hast es drauf einer frank du hast es drauf ja frank das ist nicht schlecht vielleicht ist es auch vielleicht ist es auch frank weil frank ribery wird auch mit ck hinten geschrieben aber das kann sein der hat mir gefallen und äh an dieser stelle bedanke ich mich auch viel mal für viel ja klar brille vielmann ähm vielmals fürs zusehen liebe freunde und ich würde mich freuen wenn ihr auch beim nächsten mal wieder dabei seid Brille 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 Ich würde mich natürlich auch freuen wenn ihr beim nächsten mal dabei seid ich danke euch fürs zuschauen und ich wünsche euch viel spaß bis dahin bis dann tschau 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 Vielen Dank.